willkommen im land der hotdog party packs 32 wer soll die alle essen ich im land wo eine hostess königin werden kann wo der kronprinz ein alter fitnesstrainer ist ein land das mal mecklenburg vor power regiert hat und ein land das ein riesengroßes schlachtschiff gebaut hat das bei der ersten fahrt gesungen ist und auch noch so heißt wie ein knäckebrot willkommen in der norm klötzchen scheune mein name ist block sound ja freunde heute heiße ich euch thematisch in schweden willkommen im land vom absoluten vodka von sabaton einer der besten bands der welt der im land von volvo und sap und genau um sagt dreht es sich heute ich darf euch heute zum ersten mal zwei sets von kobe vorstellen die thematisch aber eigentlich das eine dasselbe flugzeug nur in verschiedenen versionen abbildet nämlich die js 39 grippen aus dem hause sagt beziehungsweise aus dem hause kobe hier in der e beziehungsweise der c version mein erstes double feature hier auf dem kanal ich bin gespannt ich hoffe ihr seid es auch habt viel spaß ab jetzt die schweden haben im mund verschwinden lassen und kommt mit mir jetzt hier auf den bautisch ja freunde willkommen beim ersten schwedischen double feature hier bei mir auf dem kanal dem ersten double feature überhaupt hier auf meinem kanal was kobe anbelangt ich stelle euch heute nämlich den gleichen flieger ich weiß das klingt respektierlich aus dem gleichen hause mit der gleichen typen bezeichnung nur in unterschiedlichen modell varianten vor und zwar dieser js 39 grippen grippen schwedisch und bedeutet so viel wie greift ein mehrkampf flugzeug mehrzweck flugzeug aus dem hause sagt ja sagt gibt es was flugzeuge angeht immer noch der rest ist ja chinesisch beziehungsweise vw was die trucks angeht wir haben hier die c version das ist die ältere version hier in der lackierung der tschechischen luftstreitkräfte hat ein niedrigeres abfluggewicht als die e-version und hat hier ein volvo triebwerk die 5828 465 steinchen aus der arm forse serie von kobe im maßstab 1 zu 48 die 5820 ist die e-version mit einem höheren abfluggewicht kann also mehr ladung tragen und hat ein triebwerk von general electric auch hier aus der arm forse serie kobe ist klar maßstab 1 zu 48 580 steinchen also haben wir hier ein bisschen unterschied wahrscheinlich weil wir hier das tarnmuster bauen deswegen wird wahrscheinlich mehr steinchen geben ich kann mir nicht vorstellen dass beide modelle jetzt hier abweichen was das fahrwerk angeht denn bei der version wäre das fahrwerk etwas anders daher kann diese maschine auch mehr tragen das hier ist die ältere das ist die modernere diese version wird auch noch zum beispiel gerade in brasilien gebaut das sind die zwei standorte nämlich einmal in schweden und in brasilien als joint venture mit mbr glaube ich und sagt ja schauen wir uns mal die rückseite an das mache ich aber nacheinander ich denke man kann mir mehr sehen fangen wir halt mit der c version an hier sehen wir einmal ein original foto was ich ganz cool finde ist wir kriegen einen typen bezeichnungs plate mit beiden landesflaggen nämlich einmal hier der tschechischen luftstreitkräfte da sehen wir auch die logos und natürlich der schwedischen holz symbols weil sap ja nun mal hier eine schwedische firma ist das flugzeug wird 31,5 cm lang zehn zentimeter hoch wir haben wieder so halbe mini figuren die wir hier versenken können wir haben die querruder und von unten die ganze waffen anlage hier wird noch mal darauf hingewiesen dass die grippen c den himmel verteidigt was ja sogar stimmt jetzt sogar noch mehr aktueller denn je da schweden ja auch demnächst nato mitglied wird und somit hier wirklich die ost oder nordostflanke der nato gesichert wird durch die sap jas 39 grippen c freunde ich will nur ganz kurz noch mal schauen denn wir haben hier natürlich ganz wichtig pet printed wir haben aber auf der seite immer auch die spannweite das ist ganz wichtig und da sehen wir dass es 20 cm werden dieses delta flüglers da sehen wir dass es 20 cm sind die wir an spannweite hier haben ja das war die c version die 5828 jetzt schauen wir uns hier die rückseite an der 5820 da haben wir auch wieder den hinweis grippen game changer dass wir hier die version haben die von schweden und brasilien genutzt wird seit 2021 hier haben wir auch die gleichen höhen und breiten angaben und haben hier das schöne gebaute tarnmuster da sehen wir sind echt und da noch mal von vorne aber auch hier will ich kontrollieren 31,5 cm steht hier an spannweite 31,5 cm quatsch ist die länge 19,5 cm sie ist hier etwas kleiner als die 5828 wir haben also hier wirklich ein halben zentimeter weniger finde ich ein bisschen krass weil eigentlich die maschine ja mehr ladung tragen kann aber gut die flügel müssten die gleiche sein egal wir werden es dann nachher wenn es gebaut ist vergleichen deswegen mache ich ja diesen double feature hier wir schauen uns jetzt den karton inhalt anfangen hat erst mit der c an und dann mit der e deswegen schieben wir sie zur seite hier machen einen kleinen zaubertrick den gibt es heute sogar zweimal und dann schauen wir was sich hier in den karton verbirgt ja freunde da haben wir den inhalt der sap j s 39 grippen c hier auf dem bautisch die anleitung die nach vier klammer gebunden wir haben hier zwei bau abschnittstüten warum deshalb wieso da kommen wir gleich zu mit den schönen kobe steinchen und wir schauen hier auf der innenseite wann das hat gebaut wurde am 11 8 2022 um 8 uhr 16 in der kobe fabrik in polen ja ich pack den karton mal zur seite da haben wir mehr platz hier die beiden bautüten und die anleitung die dina 4 daherkommt klammer gebunden alters empfehlung ab sieben jahren die traurige zwiebel könnte bei mir übrigens als t shirt erwerben captain planet ein mann der blitze schießt pfeile monster und so weiter und so fort und natürlich ganz wichtig pet printed also heißt wir haben keine aufkleber alles drucke und vor allen dingen ist auch die anleitung und der karton gedruckt in der eu ja das design vom karton spiegelt sich bisher wieder aus dass wir sie in schwarzen hintergrund haben kobe anleitung wie folgt wir haben hier die erste tüte die wir anfangen zu bauen die bau abschnittstüte habe ich euch gesagt für die einzelnen steps sehen wir dann immer welche steinchen wir brauchen was wir bauen ist farblich was gebaut wurde ist ausgegraut feile weisen uns den weg und wir haben so kleine anlegehilfen damit wir wissen welche steine wir brauchen und am ende haben wir dann 95 bau steps allerdings hier ist der letzte bau step der stand wo wir das flugzeug aufpacken wir haben zwei untergruppierungen noch was die bauschritte angeht da wir das flugzeug jeweils mit ausgefahrenen und eingefahrenen fahrwerk bauen können damit wir beide modelle die 5820 und die 5828 also diese hier vergleichen können bauen wir natürlich beide mit ausgelassenen fahrwerk am ende gibt es dann immer eine teile übersicht und wir haben hier ein bisschen werbung freunde fast alles jetzt davon habe ich euch schon vorgestellt oder werde ich euch noch vorstellen schaut bitte mal oben auf dem da findet ihr immer meine kobe playlist die ist immer interessant und gerade hier kann ich euch versprechen die beiden habe ich schon und die beiden kommen noch ja machen wir noch ein zaubertrick und dann schauen wir uns den inhalt von der 5820 noch einmal genauer an ja freunde da haben wir jetzt den inhalt der 5820 der grippe auf dem bau tisch liegen das set ist das ältere wir sind hier am 10 8 22 um 10 uhr 1 gebaut abgepackt in der kobe fabrik in polen wir packen auch hier den karton einmal zur seite wichtig war ja nur hier der timestamp auch hier haben wir zwei bauabschnittstüten und wir haben die anleitung was wir hier noch anders haben ist dass wir ganz groß das logo drauf haben das hat mir glaube ich bei der anderen anleitung nicht halt nein ich sehe gerade wir haben es bei beiden gehabt ich will euch da jetzt nichts falsches erzählen aber ihr seht auch hier ist das design ähnlich auch hier wieder ab sieben jahren die zwiebel captain planet und so weiter und so fort fakten wie gesagt bekommt ihr nachher als gesonderte info cards ich brauche jetzt ja nichts mehr zu der kobe anleitung erzählen außer dass wir hier auch noch mal eine legende haben was für wedges wir brauchen also mit welchen verschiedenen krümmungen immer von a nach z theoretisch durch nummeriert oder durch buchstabiert sagen was so wir haben hier einen bau step mehr wir haben hier nämlich 96 bauschritte aber auch hier das gleiche spiel wieder mit dem stand und den verschiedenen variationen mit dem fahrwerk eingeklappt und ausgeklappt da sehen wir es hier 81 85 86 bis 88 was wir hier auch noch mehr haben ist nicht die teile übersicht die ist ja fast identisch nein wir haben hier noch mehr werbung für kobe das nicht immer ganz cool das macht einen den mund noch wässriger was lemmer steine angeht wir haben mich hier 1 2 3 4 seiten werbung aber auch hier kann ich euch sagen dass ich euch fast alles hätte schon mal vorgestellt habe oder noch vorstellen werde auch hier schaut oben auf dem e auf meiner kobe playlist denn solche kobe videos finde ich sind einfach zeitlos ja freunde zeitlos ist jetzt auch das stichwort wie fange ich an ich würde sagen wir fangen an mit der c und dann baue ich die e und dann freue ich mich auf ein tolles review was ich so noch nie gemacht habe nämlich zwei auf einmal und für euch natürlich jetzt ganz besonders die fakten zeit wäre ich während ich beide flugzeuge baue speed bild zeit ist fakten zeit und heute freunde bekommt ihr ja zwei speed bild die ich natürlich aber zeitlich beschleunigen musste damit das hier alles im rahmen bleibt bitte gebt mir aber trotzdem feedback ob das zu kurz oder zu lang war ob die fakten in ordnung waren schreibt mir das bitte in die kommentare denn wie gesagt mein erstes double feature freunde die saab jrs 39 grippen schwedisch für greif ist ein einstrahliges mehrzweckkampfflugzeug des schwedischen herstellers saab und der nachfolger der saab ja 37 wegen die bezeichnung jrs steht für jagd attack auch spanning was schwedisch ist und so viel bedeutet wie jagd angriff und aufklärung der erst flug der saab 39 fand 1988 statt die aktuelle version ist seit 2005 bei der schwedischen luftwaffe der flick wappnet im einsatz außerdem fliegen die luftstreitkräfte von südafrika ungarn der tschechischen republik brasilien und thailand den grippen die test piloten schule des vereinigten königreichs das empire test pilot school programm betreibt zu ausbildungszwecken ebenfalls eine grippen die saab 39 ist als ein und doppelsitzer verfügbar zudem erfüllt der grippen die forderung nach hoher zuverlässigkeit einfacher wartung und universellen einsatz bei besonders kalter witterung lässt sich die maschine noch vergleichsweise kurze anheizphase mit den hilfstriebwerken rasch in die luft bringen auch auf schwierigen bodenverhältnissen stellen start und landung für erfahrene piloten kein größeres problem da die wartung ist auch so ausgelegt dass sogar wehrpflichtige diese einfach und leicht durchführen können der einstrahlige delta flügler gehört eher zu den leichtgewichten seines mit jes kann also mit den zwei triebwerken ausgestatteten konkurrenten wie dem eurofighter taifun nicht ganz mithalten dafür besitzt der grippen andere talente so begnügen ihm beispielsweise im winter behelfspisten autobahnen und unbefestigte straßen zum starten und landen außerdem gilt er als sehr zuverlässig und einfach zu warten wie ich euch gerade schon erzählt habe markant sind die kleinen vorflügel des delta flügelers die an den eurofighter erinnern export chancen rechnet sich saab mit dem jrs 39 grippen aus immerhin ist das flugzeug das relativ gesehen kostengünstigste angebot im spektrum der kampfflugzeuge mit westlicher technologie für den wert eines eurofighters bekommt man drei grippen und für die f22 raptor den neuen luftüberlegenheitsjäger der usa sogar acht dieser kleinen schwedischen kampfflugzeuge und auch die betriebskosten des grippen sind ein nicht zu übersehender vorteil gegenüber anderen flugzeugtüten mit 2000 dollar pro flugstunde schlägt der grippen die gesamte konkurrenz schweden legte schon immer wert auf eine schlagkräftige landesverteidigung und hier insbesondere auf eine überdimensionale hochmoderne luftwaffe mit der unterstützung befreundeter staaten ist es schweden als relativ kleinen staat gelungen mit eigenständigen entwicklungen technologisch schritt zu halten und in einigen bereichen sogar die technische und taktische führungsrolle zu erlangen der grippen wurde dem schwedischen verteidigungskonzept auf dem leib geschneidert im ernstfall operiert schwedens luftwaffe bei jedem wetter und von kurzen abgesperrten zivilen straßenabschnitten aus die flugzeuge müssen binnen minuten nach der landung wieder abflug bereit sein und als luftüberlegenheitsflugzeug abfangjäger jagdbomber sowie als land und sehaufklärer eingesetzt werden der grippen wurde genau für diese art des einsatzes entworfen kein anderes kampfflugzeug realisiert unter solchen schwierigen bedingungen derartige höchstleistungen interessant ist dass die schweizer luftwaffe grippen bekommen sollte dies aber per volksentscheid abgelehnt wurde und sich die schweiz nun die teuren f 35 aus amerika beschafft freunde viel spaß jetzt beim review beim ersten double feature hier auf blockstar ja freunde nach zwei stunden und 40 minuten bauzeit für beide jrs 39 grippen ja ich habe für jede fast exakt 120 minuten gebraucht da stehen sie nun unsere beiden mehrzweckkampfflugzeuge aus dem hause kobe bzw im original aus dem hause sap da haben wir es stehen und ich muss sagen ein schönes flugzeug mir gefällt es richtig gut und ich habe festgestellt ich habe mal wieder einen delta flügel gebaut wenn auch hier in zwei verschiedenen versionen ihr seht da ganz oben in der ecke unterhalb des seht ihr auch die mir hache 3 auch ein delta flügel hier haben wir nur noch hier vorne dieses höhenleitwerk also ich muss wirklich sagen schick 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 hat wirklich bei kubi gefährt so ein bisschen die europäische komponente klar hatten wir jetzt die polnischen lizenzbauten und tschechischen der mix aber hier mal ein rein europäisches flugzeug finde ich richtig klasse und es wäre noch kaum auszuhalten wenn kubi noch mal auf die idee kommen würde den euro fighter hier im maßstab 1 zu 48 aufzulegen um es vorweg zu nehmen welches mir besser gefallen hat zu bauen ist hier die 5820 einfach weil wir mehr steine haben wir haben hier und das zeige ich euch mal ganz kurz ein gebautes querruder während wir hier oder dritten über den stand-up ist egal wenn wir hier formteile haben hier haben wir mehr munition mehr mehr bewaffnung auch hier gibt andere gebaute raketen hier haben wir formteile die wir schon kennen aber hier eine zusammengebaute kannte ich noch gar nicht und ein anderes fahrwerk haben wir hier auch es wirkt hier mehr nach jet sei ziemlich lustig weil das set war ja erster dann kam das deswegen eigentlich komisch aber auch weil wir hier ein tarnmuster haben gefällt mir die 5820 besser wir haben auch mehr drucke seht ihr auch hier oben drauf aber zeigt euch gleich im beteil also wie gesagt für jedes flugzeug habe ich eine stunde und 20 minuten gebraucht bei beiden habe ich steine über hier sind die steine die ich über habe von der 5828 und hier sind die steine die ich über habe von der 5820 sind natürlich auch die steine die wir bei beiden über haben weil wir natürlich das fahrwerk gebaut haben und das zeige ich euch gleich weil es auch einer der gravierenden unterschiede ihr bekommt natürlich nachher noch mal ein bisschen mehr detail einblicke aber jetzt hier von mir erklärt gut stand fangen wir doch damit erstmal an hier da haben wir den stand mit der schwedischen und tschechischen landes flagge saab jas grippen c maßstab 148 der typische kobe stand für flugzeuge hier natürlich von mir nicht modifiziert wegen piloten ihr habt vielleicht in ein oder anderen video schon mal gesehen dass ich hier das immer modifiziere für die piloten aber bei diesen 148 düsenjägern haben wir keine richtigen piloten dabei zeige ich euch gleich also das ist hier der stand immer wieder toll mit diesen bedruckten plates das gleiche dann natürlich auch hier bei der 5820 der eversion der grippen auch hier haben wir diesen stand mit dieser schönen bedruckten plate hier dann nur die schwedische landesfahne die auch hier im hintergrund bisher seht auch dieser stand die baue ich mittlerweile immer mit als erstes wenn ich die tüten 2 auf mache bzw die tüten wo diese steine für die stands drin sind weil ich dann einfach das schwarz so für mich aus dem kopf heraus bauen kann und dann kann ich mich auf die sets konzentrieren muss ich sagen wie kann ich schon fast in schlaf bauen und bei anderen sets wo vielleicht figuren drin sind bei den 1 zu 35 flugzeugen oder sowas da kann ich dann auch gleich schon die figur meistens mit drauf klemmen aber kommen wir zu den flugzeugen hier das hatte ich euch gesagt auf den ersten blick vielleicht schon wenn man sich immer so nebeneinander stellt sieht man wirklich dass hier die eversion einen tucken tiefer liegt einfach aufgrund dieses anderen teils hier vorne hier wird es etwas gerader wahrscheinlich ist das hier besser also mehr im wasser in der waage aber das hier sieht irgendwie gefährlicher aus nach ja raubkatze nach nach abfangjäger irgendwie sieht das brutale aus wenn man das so sagen kann aber jetzt zeige ich euch mal beide von unten um das fahrwerk thema sich einmal anzuschauen hier haben wir es relativ konservativ was ist hier dass die beiden anderen räder angeht das fahrwerk und wie gesagt vorne dieses kleine formteil von kubi was man als für die sporträder auch bei anderen flugzeugen benutzt wir sehen hier unsere sieben raketen schrägstrich bomben und an den seiten hier unsere zeitweiner oder was das sein sollen hier finde ich die aufhänge auch ganz cool und wie gesagt das sind ja so zwei teilchen also drei eigentlich mit der spitze die kannte ich so noch gar nicht finde ich richtig gut so ich lege sie mal hier vom kopf und dann hier gegenüber gestellt jetzt irgendwie ein bisschen cooler aus massiver hier hinten weil wir ja auch dieses lobs haben und das rad vorne wirkt auch gerade und wir haben jetzt zwei räder nicht eins wie bei der 5820 also rechts 5820 links haben wir die 5828 hier haben wir halt weniger bewaffnung hier mehr aber ich habe es euch ja auch gesagt die e-version hat ein höheres startgewicht also kann auch mehr tragen hier wurde auch sogar wirklich haben fahrwerk etwas verändert hat sieht man auch finde ich wirklich gut also die e-version hat ein anderes fahrwerk als die c-version und dass das kubi hier so umgesetzt hat finde ich ziemlich cool sonst sind sie eigentlich ziemlich gleich außer dass hier links unsere 5828 noch mehr fließen hat die hier unten hat weniger fließen was ich bei kubi aber eigentlich mag wenn es mehr zu ist so schauen wir mal ganz kurz von vorne ohne dass es jetzt hier was abfällt bis also von oben meine ich wir sehen halt hier die schwedischen kronen dann hier links das tschechische holzabzeichen das formteil hinten vom seitenleitwerk ist überall gleich nur hier haben wir was die drucker angeht noch vorne am cockpit das schwedische und hier oben drauf wahrscheinlich irgendein elo gerät während wir hier vorne an der spitze nichts mehr haben was beide haben ist diese danger kennzeichnung bei den lufteinlässen die schon gebaut herkamen das nicht immer cool dass kubi diese steine schon zusammen setzt sonst ist auch beides gleich ich nehme ich sehr stellvertretend die c fürs cockpit weil wir haben auch ein bedrucktes cockpit element was halte ich mal versuchen wir so ein bisschen rein zu halten ihr seht da ich könnte es nicht so gut sehen doch da sieht das ein dass wir hier wirklich da einen bedruckten slope haben mit instrumente das finde ich ziemlich cool den gibt es bei beiden flugzeugen hier den piloten oder diesen ja diese mini diesen mini pilötchen haben wir hier da mit so einem typischen ja nato overall würde ich mal sagen hat keine beine wird hier nur ein rein genommen das gleiche natürlich dann auch hier wobei hier der helm etwas cooler ist weil der hier vorne das sonnenvisier hat aber sonst sind die beide gleich da haben wir auch diesen nato druckanzug für piloten damit sie die gehkräfte besser ab können also ich finde es trotzdem ganz gut da wo wir hier so eine ja beiden amputierte figur haben dass wir trotzdem hier ein bisschen was angeholtet haben also hier schleudersitz und sowas das gefällt mir und bedruckt sind beide kanzeln auch hier in diesem jahr light blue grey sage ich jetzt mal und hier in den dark blue grey jetzt noch mal von vorne so ein bisschen und da seht ihr auch dass halt hier eher etwas tiefer liegt er etwas höher ich sage jetzt mal er aber eigentlich ist glaube ich ja die die grippen der grippen das weiß ich gar nicht ich kann halt kein schwedisch müsste ich mal das krieg noch heraus bis das video zu ende ist kriegt das noch raus aber es ist ja der greift also wer ist der grippen denke ich mal aber ich kriege bis zum ende des videos noch aus ich habe meine schwester die lange in schweden studiert hat es nicht richtig aber die öfter schon in schweden war und die schwedisch kann das schauen wir nochmals rauskriegen ja hier sehen wir auch dass wir andere aufhängung haben an den tragflächen enden für halt die bewaffnung hier wird das merke zusammengesteckt aus diesem tube teilen nenne ich mal mir gefällt es hier besser weil das brick bild ist das wirkt eleganter auch durch die formteile wirkt dass hier wieder 5828 eleganter durch die formteile aber ich mag gerne bauen ich mag gerne klemmen und deswegen gefällt mir das hier besser dass wir es hier gebaut haben und auch dass wir hier ein gebautes querruder haben gefällt mir auch besser habe ich ja schon erwähnt das gleich natürlich hier bei den flügeln an der seite von hinten sind dann beide wieder gleich bisschen irgendwie eine ja obszöne ansicht aber ist so bei beiden das gleiche schwarze loch hinten dieses formteil was immer so ein bisschen aussieht wie der verschluss von einer tube sonst irgendwas also das ist gleich aber sonst auch schön gelöst ich möchte noch was sagen bevor wir gleich in die details gehen dass ich hier zum beispiel dieses klitzekleine dreieckteil hier hinten noch ganz cool für diese mini haifisch flosse die wir bei beiden haben das kubi hier extra das noch gemacht hat finde ich klasse dieses kleine teilchen mit diesen einer einsam mit loch habt ihr bestimmt bei den speed bild gesehen finde ich cool dass kubi sich da immer wieder hinreißen lässt dann auch für diese geschichten ja eine bautechnik ein bauteil zu erfinden hätten sie ja gar nicht machen müssen finde ich einfach nur gut das ist der grund weil ich was ja ich das ist der grund warum ich kubi mag weil ich halt auch glaube dass diese jungs dort einfach verliebt in ihr hobby sind in den job den sie machen das erklärt warum sie manche unsinnigen sachen machen aber es erklärt auch warum sie manche tolle sachen machen was ich noch sagen wollte ist die bauanleitung ich habe am anfang hier bei der 5828 ein bisschen gestruggelt beim cockpit hier hinten drin von unten auch habe ich diese typischen baugiesumkehr geschichten nicht richtig interpretiert lag aber nicht an der bauanleitung was ich sowieso cool finde ist wenn du sowie kubi sicherlich ausgeht so leute hast wie mich die vielleicht beide sich gekauft haben dann musst du es ja trotzdem irgendwie interessant halten und kubi kriegt es hin dass die bauanleitung sicherheit unterscheiden und spaß machen hier der erste bau step sie so aus und hier bei der 5820 sieht der bau step so aus also wir bauen quasi hier von unten während wir hier von oben anfangen natürlich habe ich dann hier bei der 5820 schon ein bisschen gewusst was hier kommt habt ihr auch vielleicht gesehen dass ich hier nicht so richtig nach bau steps vorgegangen bin weil bau techniken schon sehr sehr ähnlich sind aber ich finde es halt cool dass kubis versucht interessant zu halten dass es nicht langweilig wird und das ist ja das beste wenn ein klemmhaus hersteller wirklich versucht die leute bei laune zu halten ja so ist noch die tüten zu ordnen freunde und dann bekommt ihr jetzt versprochen ein paar detailbilder halt ich will mal hier ihn noch umdrehen damit es genauso aussieht wie auf dem karton so freunde mein erstes double feature review ist zu ende ich hoffe es hat euch bis dahin gefallen jetzt kommen noch ein paar detail bewegt bilder und dann schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die augen meine freunde ja freunde wie immer an dieser stelle ein paar detailaufnahmen diesmal bewegt auf dem drehteller schaut sie euch an meine beiden hübschen greife grippen der grippe der greift das haben wir geklärt nein spaß schönes sets von kubi hier mal als double feature das video ist dadurch etwas länger 30 minuten schreibt mir bitte mal eure meinungen zu so einer art video gerne unten in die kommentare ist euch das zu lang lieber ein set nur pro video oder findet ihr so eine gegenüberstellung so ein review von zwei fast identischen modellen ganz gelungen wie gesagt ich möchte gerne bitte eure meinung erfahren denn ich bin mir da auch nicht so ganz sicher problem ist ja immer die fakten die sich bei solchen videos wie hier anbieten würden denn ich habe ja nun mal die c und e variante von eigentlich ein denselben flugzeug wie gesagt gibt mir da bitte mal euer feedback wird mich interessieren freunde und desweiteren wie immer möchte ich euch die infobox ans herz legen erstens weil es dort den 15 prozentigen rabatt code blogster für bildenbix.de gibt desweiteren habe ich dort diverse affiliate links die ihr nutzen könnt um mich zu unterstützen und weil ich auch meistens immer infos zu den sets unten mit in die infobox packe auch ab und zu bediene ich mich ja fremden materials für intros auch dort findet ihr immer in der infobox dann meistens die originalquelle den herausgeber den creator ja freunde das waren es fast zwei minuten die wo hier die saabs auf dem drehteller tanzen hört euch jetzt noch meine letzten worte an und dann freue ich mich dass wir uns demnächst wiedersehen denn ich werde hier nach wahrscheinlich schon wieder das nächste video schneiden ja freunde sind wir auch schon am ende unserer los schweders woche aus hier auf blogs da freunde tolles flugzeug ich habe ja nicht viel zu meckern vielleicht kann man über den preis schimpfen aber freunde da muss ich mit euch eh noch mal reden ich habe unter jedem meiner kobe videos eigentlich den 15 prozentigen rabattcode blogster von bildenbix.de hinterlegt und ich habe von sebastian die rückmeldung bekommen das ist der inhaber des shops das schon über 100 leute dort bestellt haben und insgesamt um die 1500 euro gespart haben auch ich bestelle über diesen code denn sonst könnte ich mir das hier alles sie gar nicht erlauben also freunde ich möchte euch noch mal ganz doll ans herz legen hier diesen rabattcode blogs dabei bildenbix.de 15 prozent da haben wir alle was davon ich benutze ihn ihr benutzt ihn und ich denke mal sparen ist in den heutigen zeiten her sowieso nicht verkehrt oder ich finde gut dass kobe hier nicht gespart hat und zwei rausgebracht hat denn so konnte ich heute zum ersten mal ein double feature machen was kobe angeht zwei große sets in einem video schreibt mir bitte mal eure meinung dazu unten in die kommentar sektion da gehört sie hin die lese ich gerne und bilde mir dann durch eure meinung auch ein bisschen meine meinung manchmal ändere ich sie auch weil ich kann ja nur aus meinem kopf rausgucken und finde man ganz gut dann eure gedanken dort auch zu lesen das ist ja hier ein miteinander kein gegeneinander blogs da ist ja quasi seid ihr auch ihr das betone ich ja immer wieder gerne ich bräuchte jetzt noch mal eure hilfe und zwar würde ich mich über den daumen freuen hoch oder runter je nachdem wir das video fandet die setzt denke ich mal ja das könnt ihr mit dem daumen nicht beeinflussen aber die meinung zum video würde mich freuen und dann ein kostenloses abo wäre auch nicht verkehrt wenn ihr noch eins habt und wenn ihr mich schon abonniert habt drückt doch bitte auf die glocke dann verpasst ihr nämlich kein neues video mehr von mir ich versuche so eigentlich jeden tag ein video zu machen klappt nicht immer also meistens unter der woche sind es shorts und dann am wochenende beziehungsweise mittwoch immer ein review das versuche ich aber wie gesagt es klappt nicht immer aber je mehr leute drücken und mich motivieren desto mehr videos könnte es geben wenn auch cool oder die freunde also denkt an den rabattcode gebt mir eure meinung zu diesen beiden schweden haben hier unten in die kommentar sektion und dann wünsche ich euch wie immer einen guten flug bleibt gesund auf wieder bauen euer freund der blogs da ja 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 ja